Die schwedische Prinzessin Madeleine, 41, hat die Öffentlichkeit mit einer Entscheidung überrascht, die für Kontroversen gesorgt hat. Obwohl sie zuvor angekündigt hatte, dass ihre Familie noch in diesem Jahr nach Schweden umziehen würde, hat die Nachricht, dass dieser Plan nicht umgesetzt wird, bei den Schweden für Unmut gesorgt. Die schwedische Madeleine hat sich jedoch für eine neue Strategie der Öffentlichkeitsarbeit entschieden, die dazu beitragen könnte, diese Spannungen zu entschärfen. Seit 2021 ist Prinzessin Magdalena ehrenamtliche Vizepräsidentin der von Königin Silvia, 79, gegründeten World Children's Foundation. Diese Stiftung setzt sich für den Schutz und das Wohlergehen von Kindern in der ganzen Welt ein. Die neueste Nachricht ist, dass die Stiftung plant, den Children's Prietze 2023 ins Leben zu rufen, und Prinzessin Magdalena wird Teil der Jury sein. Ziel dieses Preises ist es, Menschen in Schweden hervorzuheben, die durch ihre Arbeit Kindern und Jugendlichen begegnen und sich um sie kümmern, oft in einer Rolle, die oft unbemerkt bleibt. Diese engagierten Erwachsenen spielen eine entscheidende Rolle für die Sicherheit und das Wohlergehen von Kindern. Die Entscheidung von Prinzessin Magdalena, sich an dieser besonderen Kampagne zu beteiligen, zeigt, dass sie sich weiterhin für die Belange von Kindern und den Schutz der Schwächsten einsetzt. Der Kampf gegen Cybermobbing und Cyberhass ist nur ein Teil ihrer Bemühungen, die Welt zu einem besseren Ort für Kinder zu machen. Dieses neue Engagement und ihre Teilnahme an der Jury des Children's Prietze 2023 sollte von der schwedischen Bevölkerung begrüßt werden, da es ihr Engagement für edle Zwecke und ihren Wunsch, zum Wohl der Gesellschaft beizutragen, unter Beweis stellt. In der Zwischenzeit nähert sich das 50-jährige Thronjubiläum von König Karl Gustav, 77, das vom 14. bis 15. September gefeiert wird, dem schwedischen Königshaus. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass mehrere seiner Schwestern und andere Familienmitglieder aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht an den Feierlichkeiten teilnehmen können. Trotz der Abwesenheit wird dies voraussichtlich ein wichtiges Ereignis für die schwedischen Royals sein. Darüber hinaus feierten Prinzessin Sophia, 38, und Prinz Karl Philipp, 44, den sechsten Geburtstag ihres Sohnes, Prinz Gabriel, indem sie ein bezauberndes Foto des Kindes in den sozialen Medien veröffentlichten. Den Fans fiel Gabriels unübersehbare Ähnlichkeit mit seiner Mutter auf, was die Zuneigung zu dieser süßen schwedischen Familie noch verstärkte.